Musik Das hier ist Thymian, lateinisch Thymus vulgaris, ein Lippenblütler, eine Lamiazea. Und Thymian ist ein super duper tolles Hustenmittel. Man kann aus dieser Pflanze einen Tee bereiten, indem man das mit heißem Wasser aufgießt, 10 Minuten ziehen lässt. Das Problem ist, es schmeckt ein bisschen bitter, aber wirkt total gut. Aber Thymian, ein Tätätherisches Öl, welches desinfizierend wirkt und interessanterweise über die Lunge abgeatmet wird. Der Inhaltsstoff Thymol, der für die Wirkung verantwortlich ist, hat eine antibakterielle Wirkung, fördert zugleich die Bewegung der Flimmerhärchen und erweitert die Bronchien. Und diese Dreifachwirkung macht das zu einem super Hustenmittel. Das ist aber nichts für weiche Personen, weil der Geschmack schon sehr, sehr, sehr bitter ist. Aber da gibt es noch eine ziemlich coole Alternative, Orangenthymian. Wirkt zwar nicht so gut, schmeckt aber ein bisschen besser. Und wenn das immer noch nicht genug schmeckt, dann geht man einfach in die Apotheke und kauft sich da einen Thymian-Hustensaft. Da ist genug Zucker drin und dann schmeckt es noch besser. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020